Was kommt nach dem ehrlichen Mitteilen? Nichts. Wenn du ehrliches Mitteilen verstanden hast, in die Praxis umgesetzt hast und deine Beziehung damit vertieft und immer weiter vertieft hast und somit alle festgehaltenen Emotionen aus der Kindheit in die Kommunikation gebracht hast, dann wirst du ein relativ erfülltes und glückliches Leben haben. Der Grund ist, weil Leben, Lebensfluss, Glück und Erfüllung darstellt, an sich schon. Und der Lebensfluss auf dieser physischen Ebene findet nun mal durch den Austausch von Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen statt. Das ist das, was unsere Nervensysteme brauchen, unsere Körper und was dann in der Folge einen guten, schönen, erfüllenden Zustand in der Psyche auslöst. Stichwort Vagus. Wenn du an diesem Punkt bist und alles erlebt hast, was du wolltest, wenn dir klar ist, dass das Leben dir alles erfüllt, was du möchtest, dass du alles bekommst, was du möchtest, dass es gar keine Hindernisse oder Feinde gibt. Wenn dir das alles klar geworden ist und du sozusagen auf dieser physischen Ebene deine Schulzeit, sage ich mal, abgeschlossen hast, Dann gibt es keinen Grund zu warten oder die weitere Entwicklung, die weitere Entfaltung des Bewusstseins aufzuschieben. Ehrliches Mitteilen ist eine Plattform für Meditation und Spiritualität. Wenn du also an diesem Punkt bist und für dich diese Dinge klar sind, jetzt kommt der Verstand vielleicht und fragt, aber was jetzt? Was jetzt? Ich habe alles. Es ist wundervoll. Ich habe alles bekommen. Ich kann machen, was ich möchte. Es gibt keine Probleme, keine Hindernisse. Dann wird es Zeit für Meditation. Das heißt, setz dich im Idealfall frühmorgens zwischen 4 und 6 Uhr in Stille hin und warte. Es ist nicht so, dass dann noch was kommt danach, sondern es löst sich alles, was nicht du bist oder das, was an der Peripherie erscheint oder mit dem du noch identifiziert bist, löst sich auf. Man könnte auch sagen, du kehrst zu dir, zu dem, was du wirklich bist, zurück. Und das wird dir dann bewusst. Meine Empfehlung wäre, wie gesagt, frühmorgens zwischen 4 Uhr und 6 Uhr irgendwo dazwischen für mindestens 30 Minuten in Stille zu sitzen. Jeden Tag. Jeden Tag. Und es ist wichtig, das zu tun in der Form, dass du direkt nach dem Aufwachen dich auf das Meditationskissen oder auf den Stuhl setzt. Nicht im Bett meditieren, sondern sobald du aufwachst oder den Wecker dir gestellt hast, gehst du sofort direkt auf das Meditationskissen und bleibst in Stille, bewegungslos sitzen. Es ist wichtig, zwischen dem Aufwachen im Bett und dem regungslosen Still sitzen mit aufrechter Wirbelsäule in der Meditation, dass da so wenig Zeit und Aktivität wie möglich stattfindet. Natürlich solltest du da auch keine Hektik entfalten lassen, sondern einfach nach dem Aufwachen direkt auf das Meditationskissen und sitzen. Nichts dazwischen machen. Vielleicht auf die Toilette gehen oder wenn du starken Durst hast, was trinken. Aber nur dann. Ansonsten da so wenig Zeit wie möglich dazwischen lassen. Das ist wichtig, weil dieser Übergang vom Schlafen mit waagrechter Wirbelsäule zum wachen Sitzen in der Meditation mit aufrechter Wirbelsäule, dieser Übergang, der wird langfristig etwas tiefgreifend in dir zum Erblühen bringen, was sowieso schon da ist, was dir aber nicht bewusst ist oder vielleicht nicht bewusst ist. Und das ist etwas, was so nicht möglich ist, wenn du später am Tag meditierst. Wenn du in deinem Leben diesen Übergang immer wieder herstellen kannst, jeden Morgen, dann wird etwas ganz, ganz, ganz Tiefgreifendes und Wertvolles in dir wach werden. Also natürlich früher oder später auch, wenn du tagsüber irgendwann meditierst, aber dann dauert es länger. Und wichtig ist, dass du aus der Meditation kein Machen machst. Deswegen ist Meditation eigentlich ein blödes Wort. Besser ist warten. Warten auf nichts. Du setzt dich hin und wartest auf nichts. Wie, wenn du in einer Warteschlange wärst, die niemals endet. Das ist so die eigentliche Meditationshaltung. Es ist kein Tun, kein Machen. Und der Verstand wird durchdrehen und alles Mögliche probieren, um dich wieder in irgendeine Handlung zu bringen, zielen und vielleicht schlägt er dir innere Übungen vor, Visualisierung oder sonst was, Atem beobachten. Und lass den Verstand sein Inferno abfackeln. Er wird irgendwann wie so sich auslaufen und Ruhe geben. Aber es ist auch nicht Ziel, dass der Verstand zur Ruhe kommt. Es ist völlig egal, was da passiert. Ob der Verstand rast oder nicht, ob du tolle Meditationserfahrungen hast oder ob es furchtbar ist, wenn du morgens sitzt und durch deine innere Hölle von unverarbeiteten Gefühlen gehst. Das Entscheidende ist zu realisieren, dass alles, was in der Meditation passiert, irrelevant ist. Es spielt keine Rolle, was da passiert, ob es dir gut geht oder schlecht, ob du Erleuchtungszustände hast oder nicht. Worum es geht, ist, dass du realisierst, dass da irgendwas unveränderbar ist, was das ja alles erfährt. Also du sitzt da und da ist etwas, was alles wahrnimmt. Und das, was das alles wahrnimmt, die Leidenszustände und die Ekstasen, das selbst ändert sich nicht. Das kommt und geht nicht. Das ist konstant, unveränderbar, unwandelbar. Das wird nicht berührt von diesen Vorgängen, die kommen und gehen. Und wenn dir das einmal bewusst ist und der Fokus sich dahin verlagert, dann kannst du dich wie so erinnern. Ach so, ja, ich muss mich mit Glück und Leiden gar nicht beschäftigen. Ich kann beides loslassen. Es ist wie so ein Erinnern, ein Aufwachen jenseits von Zuständen, jenseits von Glück und Leiden. Und in dem Moment kommt eine Glückseligkeit über dich. Das ist dann wieder ein Zustand und der geht dann auch wieder weg. Und das, was auch das alles wahrnimmt, ist immer dasselbe. Da ist etwas, was all das wahrnimmt. Die Fortschritte, die Rückschritte, die Stagnation in der Meditation. Das sind alles Verstandeskonzepte. Aber das, was sich jeden Morgen dahinsetzt, ist immer dasselbe. Das ist wie neutral, wie eigenschaftslos, wie formlos. Man kann nicht sagen, was das genau ist. Und das ist das, was du bist, was wir sind. Das ist die Freiheit. Und das war schon immer da. Das ist der Witz an der Sache.